Aber muss ich sagen, kann ich schon nachvollziehen, also das sind's. Also, wir hören das im Hintergrund. Die Stimmung. Schickt wieder Haaland, aber die Laufwege kennt ein Lucas Hernandez. Joao Cancelo. Der Rechtsverteidiger. Aber der Ball kommt schon wieder mit der Brust dazwischen gewesen. So ein bisschen fest. Oh, gut dazwischen gegangen, das müsste er. Den Einwurf gehabt, da hat er gut. City in der 12. Minute. Lange Ball. Und Cancelo, ja, den Fuß da zu hoch. Ziemlich viele gelbe Karten hier. Jetzt kriegt's nur Lucas Hernandez eine. In der 68. Sterling, mehr auf der linken Seite. Auf zweimal 40 Minuten geeinigt haben die Mannschaft. Der Hernandez, der gut klären kann. Leroy Sané, der verliert den Ball. too 하�担保ven. Zuhause einen. Die 60as Sitz stray märmeling.